Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 5. März 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Geheimhaltung, vertrauliche und sicherheitsrelevante Gespräche und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation ist so, wir leben, wie der Chinese sagt, in interessanten Zeiten. Ich darf das so sagen, ich habe mal ein Jahr in China gelebt. Die Zeiten sind so interessant, dass sich die Ereignisse auch überschlagen. Wir müssten eigentlich täglich einen Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation machen, allein. Wir kommen im Moment nur zwei wöchentlich dazu. So ist das im Leben. Aber ich mache das hier zum Glück nicht alleine, auch wenn natürlich ein Monolog von mir total toll wäre. Aber es geht natürlich noch toller und der Podcast wird dadurch toller, dass der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner seines Zeichens auch Namensgeber und Namenspartner dieses Podcastes hier mitmacht. Im Herzen sind wir vereint, aber physikalisch voneinander getrennt. Über eine Telefonleitung sind wir miteinander verbunden. Und wir haben auch schon lange nicht mehr betont, dass auch Mobiltelefongespräche über die längste Zeit, dass sie leitungsgebunden sind. Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, Christopher. Lieber du. Mit vielem Dank für diese großzügige Anmoderation, Vorstellung. Vielen Dank. Heute arbeiten wir ja mit dem Anbieter Webex zusammen. Was? Das wäre schön. Das würde man dann später mit Webex einsetzen. Hier so eine Telefonnummer, gar nicht 007. Wo ist das denn noch? Die blenden wir jetzt ein für unsere HörerInnen aus der Russischen Föderation. Davai, Davai. Davai, Davai. Juri, aus der Lauer- und Wehnerleitung, bitte. Genau. Juri ist wahrscheinlich auch ein bisschen rassistisch. Die haben wahrscheinlich, das ist ja, ach, das muss man auch mal. Das müssen die abkönnen. Das müssen die abkönnen. Ich meine, die brauchen noch, weißt du, die brauchen noch einen Grund dafür, Deutschland zu entnazifizieren. Und dann wird später mal, werden dann diese Ausschnitte aus diesem Podcast in der Duma gespielt. Und die sind dann quasi entscheidend dafür, dass Russland Deutschland den Krieg erklärt. Ja, also die Gesamtsituation, man hört es schon, ist wirklich interessant. Man muss jetzt so sagen, man fragt sich ja auch so ein bisschen bei diesem sogenannten Abhörskandal. Weil ich meine, zu einem Abhörskandal gehört ja auch, finde ich, zumindest ein bisschen, dass man sich beim Abhören Mühe gibt. Aber wenn das Abhören dadurch passiert, dass man eine WebEx-Nummer, Einwahlnummer kennt und sich da quasi jeder von hier bis Bischkek einwählen kann. Ja, und die noch nicht mal so einen, also ich meine, ich habe ja auch Telefonkonferenzen noch und nöcher gemacht, als ich im Bundesvorstand der Piratenpartei war. Und normalerweise kannst du bei diesen Telefonkonferenzen, da wählst du dann als Admin irgendeine Nummer und dann sagt dir die Stimme auf dem Band, sagt dir so, im Raum befinden sich derzeit fünf Hörer. Ja, ja, ist gut. Es ist dem meisten wahrscheinlich bekannt, wie das passiert. Nein, es ist, ja, wir können mal, liebe HörerInnen, um den Ulrich eines Besseren zu belehren, gebt mir doch mal Feedback. Wer von euch kennt so Telefonkonferenzgeschichten und wer nicht? Mich würde das nicht überraschen, wenn an vielen HörerInnen dieses schönen Podcast, dass der Kelch einfach vorbeigegangen ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand nicht kennt. Kannst du, kannst du, ja, okay. Das kennen alle. Wir werden sehen. Aber was viele Leute nicht wissen und deswegen wiederholen wir es am Anfang dieses Podcasts immer, immer wieder, weil wir ja auch besonders niederschwellig und kompakt sein wollen. Lieber Ulrich, was machen wir bei Lauer und Wehner? Ja, Bewältigung in der Gesamtsituation ist eine der vornehmsten Aufgaben dieses Podcasts und eine emotional ausgleichende Wirkung streben wir an durch faktenbasiertes Aufregen. Das ist die Talking Cure, Chimney Sweeping, das wir machen, mit dem wir anerkanntermaßen, durch die maßgeblichen Anerkenner, anerkanntermaßen also die Wirkung der Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen zielen. Das machen wir. Auf mit Umfrage, Mehrheit der Deutschen für die Wehrpflicht. Und dann steht da im Kleingedruckten der Umfrage, also der NDR, der hat es noch nicht mal mit CIVI gemacht, ja, selbst das Geld haben sie sich gespart, sondern die haben halt einfach irgendeine Online-Umfrage gemacht, die, und das steht dann da im Kleingedruckten, nicht repräsentativ war. Die berichten da aber drüber, als wäre da jetzt Allensbach durch jeden deutschen Haushalt gelaufen und hätte… Noch nicht mal als eine Stichprobe, sondern wirklich einfach alle, die Gesamtheit, Grundgesamtheit gefragt. Genau, die hätten einfach alle Deutschen gefragt, nicht ein Stichprobe, sondern Allensbach wäre mal rausgegangen und hätte einfach mal alle Deutschen gefragt. Und ich muss sagen, das ist, das finde ich krass, also das ist, also Untergang des Abendlandes möchte ich jetzt nicht sagen, aber fast, also dann können die sich ja auch die Umfragen einfach komplett selbst ausdenken. Finde ich zumindest, finde ich zumindest. Eine beliebte Kategorie in diesem Podcast, wahrscheinlich die beliebteste Kategorie ist, worüber wir nicht reden, worum geht es da, strategisch schweigen, man darf einfach nicht über jeden Scheiß reden. Man muss einfach mal, manchmal kein Applaus für Scheiße, einfach mal nicht drüber reden und um euch dabei zu unterstützen, über gewisse Dinge nicht zu reden, machen wir hier folgendes. Wir reden da einmal drüber, damit ihr nie wieder darüber reden müsst. Das ist im Grunde genommen, sind wir so eine Art Castor-Transport, ja. Wir lagern das ein, bevor die Scheiße ins Endlager kommt. Und heute reden wir nicht über, nachdem wir letzte Woche, glaube ich, nicht über die Bezahlkarte geredet haben oder zumindest die Bezahlkarte für Ausländer ein Thema in diesem Podcast war. Heute reden wir nicht über Arbeitspflicht für Ausländer. Ja, für Ausländer, für Geflüchtete, Geflüchtete. Geflüchtete. Darum geht es, also. Ich habe es ein bisschen überspitzt. Offen, offen, ja, ich hätte diese bewusste Überspitzung, das war mir entgangen. Offen für eine Arbeitspflicht für Ausländer spricht sich, glaube ich, nur. Also zumindest eine Mehrheit an so einer NDR. You must not be named out, wahrscheinlich. Und ja, aber es gibt für diese Arbeitspflicht, gibt es einen starken Befürworter, das ist Christian Hergott, CDU, Landrat des Saale-Orla-Kreises. Das ist übrigens der Landrat, bei dem dann alle froh waren, dass das nicht der AfD-Typ gewählt war. Ja, schlimmer geht es nicht mehr. Und der hat, das ist unglaublich, der hat die Arbeitspflicht als Integrationsmaßnahme gelobt und das auch im Hinblick auf Asylsuchende, die ausschließlich in ihren Unterkünften zu arbeiten herangezogen werden. Also der ist nicht, der Christian, Herrgott, der heißt so, wenn man sagt, Herrgott, Christian. Hat so einen Grund, warum die Familie diesen Nachnamen gekriegt hat. Oh Gott, oh Gott, sollte er eigentlich heißen. Das liegt in der Familie. Ja, Herrgott, der Vorname nochmal. Herrgott nochmal. Ja. Keine Witze mit Namen. Das ist nicht fair. Das ist selbst für Christian, Herrgott, nicht fair. Ja, also Arbeitspflicht, das wird so ein bisschen propagiert von dem einen oder anderen wirklich groben Holzkopf. Was für eine schlechte Idee das ist, kann man daran sehen, dass sogar die Vorgang von der Allgemeine Zeitung das als Herstellung gefühlter Gerechtigkeit bezeichnet. Und wenngleich es da jemanden gibt, selbst bei der FAZ, Frau Heike Göbel, keine Witzen mit Namen, die findet, dass Behörden zu Recht von Asylbewerbern auch Gegenleistungen für die Gesellschaft einfordern, die ihnen Schutz bieten. Also das hat von der ganzen Gefühltheit, von der ganzen Emotionalität, die da drin sein kann, hat es wirklich, sammelt dieses Thema das Schlechteste ein, was es gibt an die nahezu, an die mit niedersten Instinkte. Ja. Einschließlich des in unserem Land der extrem ausgeprägten, der ehrlicheste, dumme Instinkt. Ja. Da rüttelt das. Also man hört sie förmlich, den Satz vollenden, ich arbeite mein ganzes Leben und der kriegt von seinen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, kriegt er einen Mercedes vor die Tür gestellt. Kriegt er eine neue Küche. Kriegt er eine neue Küche in den Arsch geschoben, ja. Und wie man das so macht. Ja, das ist jetzt, es gibt eine Rechtsgrundlage dafür tatsächlich, dass Asylbewerber zu gemeinnützigen Leistungen angezogen werden können. Das ist eine derartige Shitshow, diese Nummer, weil die tatsächlich ausschließlich zu gemeinnützigen Leistungen herangezogen werden dürfen. Und unbedingt darauf zu achten ist, dass die nicht konkurrieren mit den Anbietern dieser Arbeitsleistung, mit gewerblichen Anbietern solcher Arbeitsleistung. Ja. Klar, denn der Stundenlohn, eine kleine Entscheidung, die man da kriegt. Wenn man das überhaupt Stundenlohn nennt. Genau, eine Zahlung von rechnerisch 80 Cent pro Stunde. So, dass man die jetzt nicht irgendwie, diese Menschen nicht heranzieht, damit sie irgendwie Wäsche waschen, gewerblich oder Tüten kleben oder Straßenteeren für 80 Cent pro Stunde. Versteht sich das von selbst? Wir sprechen also darüber, dass so viel Laub kann man in diesem Land, wahrscheinlich müsste dann die eine Hälfte der Herangezogenen dieses Laub abends auch wieder verteilen. Damit die andere Hälfte das am nächsten Tag dann wieder einsammelt. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine schöne gemeinnützige. Das ist, man muss aber eine Rechtsgrundlage hin, 80 Cent Pseudoentschädigung her. Man muss aber nochmal auf den Punkt bringen, warum das alles so besonders bigott ist. Ja, das ist jetzt die Aufgabe, die dir zufällt jetzt. Das ist, als glückliche Fügung gilt es mir heute noch, dass man erst den AsylbewerberInnen die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit hier verbietet. Ihnen verbietet, hier einem Beruf einfach nachzugehen. Im schlimmsten Fall noch, das wäre der Super-GAU für das deutsche, für eigentlich alles in Deutschland. Der Super-GAU wäre, wenn sie auch noch ihren erlernten Beruf hier ausüben können. Also ich meine, ich stelle dir vor, was für Folgen das für das Gesundheitssystem hätte, wenn die ganzen Krankenschwestern und Ärzte hier auf einmal als Krankenschwester und Ärzte arbeiten könnten und nicht mehr als Putzfrauen und Taxifahrer. Aber um hier als Putzfrau und Taxifahrer arbeiten zu können, muss der Asylantrag erst durch. Und bevor er nicht durch ist, und das dauert gerne mal Jahrzehnte, ich übertreibe jetzt hier aber auch nur ein bisschen, das dauert gerne mal ein Jahr oder noch länger. Und dann darfst du halt in dieser Zeit nicht arbeiten. Und auf diese Idee, den Leuten erst das Arbeiten zu verbieten, um sie dann für 80 Cent die Stunde für gemeinnützige Arbeiten heranzuziehen. Und dazwischen durchkommt, wenn ich das ergänzen darf, erst kommt noch der Schritt Arbeiten verbieten, dann kommt der Schritt, sie des Umstandes zu bezichtigen, dass sie nicht arbeiten. Und dann kommt ein dritter Schritt, sie heranzuziehen. Das musst du noch ergänzen. Genau. Und das ist, das zeigt einfach, dass das eine bigotte, unaufrichtige Scheiße-Show ist, der ganze Driss. Und man muss es halt einfach abschaffen und den Leuten einfach früher erlauben zu arbeiten. So, fertig. Und ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, bei diesem ganzen Umgang mit Geflüchteten geht es nicht mehr um irgendwelche Lösungen oder diesen Menschen tatsächlich zu helfen, sondern es geht einfach nur noch um das öffentliche Ausüben von Grausamkeit. Weil die sind, ich glaube, alle an diesem Scheiß Beteiligten wissen, dass es kompletter Quatsch ist. Mir kann niemand erzählen, dass ein logisch denkender Mensch, der jetzt nicht einen Defekt am Temporallappen hat, ja, der da Temporallappen ist dafür auch verantwortlich, wie du so drauf bist, dass du zwischen gut und schlecht unterscheiden kannst und so, ja. Also Leute, die irgendwie normal drauf sind, die sehen doch, dass das einfach eine komplett absurde Konstruktion ist, ja. Und da geht es nicht um gemeinnützige Arbeit oder dass diese Leute irgendeine Beschäftigung haben, sondern da geht es um Grausamkeit. Wenn man diese Leute in irgendeiner Form beschäftigen wollen würde, dann würde man das so machen wie dieses bayerische Dorf, über das wir schon mal geredet haben, wo also alle im Dorf an einem Strang ziehen, damit Geflüchtete in Lohn und Arbeit irgendwie kommen und das Gefühl haben, produktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Ja, also diese Forderung ist abgrundtief schlecht ihrer Intention und ihrem Inhalt nach. Und es ist gleichzeitig noch das Einfordern von Dankbarkeit für die eigene Güte. Das ist also ganz, ganz, ganz schlecht. Und das dann noch zu versuchen zu tarnen, damit man das als Integrationsmaßnahme bezeichnet, das ist wirklich abgrundtief. Es fehlt eigentlich nur noch Friedrich Merz, der einem dann am Ende des Tages diese 2,40 Euro, die man dann da verdient hat oder was auch immer, der kommt ja dann mit so einem Kartenlesegerät, um anders auf die Bezahlkarte aufzuspielen. Geht es auf die Karte, ja. Sie haben die Chance, zehn Stunden arbeiten, acht Euro auf die Karte. Und dann sagt Friedrich Merz noch ganz generös nicht alles ausgeben für eine bunte Tüte und meint das lustig, hält das für Humor. Ach, da kann der Ali bestimmt auch drüber lachen. Ja, leg was zurück. Ja, also deshalb, also da darf man wirklich gar nicht drüber reden, weil man sich da mit dieser Forderung nicht ernsthaft auseinandersetzen kann. Zu versuchen, sie auseinanderzunehmen, würde heißen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, das geht nicht. Ich muss aber noch eine Sache sagen, ich weiß, das ist jetzt schon wieder fast eine inhaltliche Auseinandersetzung damit, Aber um nochmal zu unterstreichen, wie zynisch das genau ist, ich meine, eine PET-Flasche, wenn du die bei einem beliebigen Supermarkt zurückgibst, kriegst du dafür 25 Cent. Und ich glaube, dass du in der Lage bist, in einer Stunde deutlich mehr als vier PET-Flaschen zu finden in einer beliebig großen deutschen Stadt. Es ist an Zynismus und wie gesagt, da geht es um öffentlich zur Schau gestellte Grausamkeit. Da geht es darum, wer darf hier wen maßregeln in diesem Land und wer darf hier wem totale Scheißaufgaben geben, die er dann trotzdem machen muss, wo auch alle wissen, dass das Scheißaufgaben sind. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ein Deutscher sowas machen müsste, der wäre nie tiefst beleidigt und würden direkt erstmal sagen, dass sie vor das Bundesverfassungsgericht müssen oder am besten direkt vor den EuGH oder am besten direkt nach Den Haag, um dieses schwere Vergehen irgendwie entsprechend zu sühnen. Also es ist, ja, abschaffen, abschaffen muss man das. Ja, ich reg mich zu sehr auf, wenn wir da jetzt weitermachen. Wir haben ausreichend nicht drüber geredet, meines Erachtens. Wir haben ausreichend nicht drüber geredet. Und es ist einfach nicht schön. Ein vielleicht nicht ganz so gelungener Übergang an dieser Stelle ist, dass ich darauf hinweise, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Wir nehmen auch Bezahlkarten. Wir nehmen auch Friedrich Schmerz und seine Bezahlkarte. Man kann diesen Podcast unterstützen. Wenn ihr das machen wollt, geht das. Ihr könnt auf plus.lauerundwena.de gehen. Da findet ihr alle Informationen dazu. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank. Kommen wir jetzt zu einem ähnlich unschönen Thema, wie diese Arbeitspflicht für Geflüchtete. Sowas kommen auch echt nur Deutsche. Und zwar etwas, wir erinnern uns. Wir erinnern uns, es begab sich zu der Zeit, dass die sogenannte letzte Generation, also eine Gruppe von aktionsorientierten Menschen, die irgendwie ein Problem mit der Klimakatastrophe haben beziehungsweise ein Problem damit, wie die Bundesregierung damit umgeht. Die haben Straßen blockiert und es gab einen großen Aufschrei in Deutschland. Diese Menschen wurden mit Terroristen verglichen. Es kamen Vergleiche auf wie Klima, RAF und so weiter und so fort. Jetzt protestieren die sogenannten Bauern in Deutschland. Gibt es witzige Accounts. Stellt sich also auch raus, dass viele der Leute, die dann da irgendwie interviewt werden bei diesen Bauernprotesten, mit irgendwelchen, also entweder Mitglied der CDU sind, da irgendwelche Ämter haben, wie, weiß ich nicht, Kreisvorsitzender oder Vorsitzender im Bauernverband der CDU oder sonst irgendwas. Also diese Bauern protestieren und auf eine ganz besonders tolle Idee kamen jetzt Bauern in der Nacht zu, von vorgestern auf gestern, da sind sie auf die B5 gefahren bei Berlin und haben Gülle, also nachts, Gülle und Baumstämme auf die B5 gelegt. Und einen Misthaufen. Ja. Es ist auch wichtig. Und man muss, also ich muss das ja jetzt nicht erklären, ich erkläre es trotzdem vielleicht nochmal für die Leute, die nicht so viel Autobahn fahren oder Bundesstraße. Das ist nicht vorstellen können. Das passiert, wenn man nachts plötzlich in einen Misthaufen mit Baumstamm reinfährt oder in einen Gülle-See. Da gibt es Fotos hier zum Beispiel auf zdf-heute.de oder auch auf tagesschau.de. Das ist, ja, das ist ein vollkommen zerstörtes Auto, das dann da in so einen Baumstamm reingefahren ist. Und es gab also Verletzte, fünf Verletzte, die ins Krankenhaus gefahren worden sind. Die Sanitäter und Polizisten wurden von diesen sogenannten Bauern bei der Rettung behindert und beschimpft. Also es ist wirklich Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Und vor allen Dingen, was auch die Leute da, diese Bauern von sich gegeben haben. Also ich hatte das im Tagesspiel gelesen. Da ging es dann um so Sachen wie, dass die also sich von ihren Familien verabschiedet hätten und so. Ja, also vollkommener, vollkommener Wahnsinn. Also halten Sie sich bei dem Scheiß, den Sie da veranstalten, noch für die großen, großen Widerstandskämpfer. Ja, Ulrich, was macht das mit dir? Ja, es erschüttert mich und das ist anders als im Fall der Protestaktionen der letzten Generationen ist diese Vorgehensweise nach den Subsumptionskünsten nahezu aller, die sich auskennen, eine Straftat. Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und das ist keine Bagatellstraftat. Das ist, ja, das ist eine ordentliche, fette Nummer. Deutlich angesiedelt von Strafrahmen und Sanktionspraxis her. Deutlich angesiedelt über betrunken Autofahren. Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Eine sehr gefährliche, wie der Name auch indiziert, sehr gefährliche Straftat. Wenn die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Hindernisse bereitet und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. Ja, da muss man tatsächlich eigentlich nur, da muss man gar nichts für können, um das richtig zu subsumieren. Das Frappierende war, wir sprachen in der Redaktionskonferenz dieses Thema an. Das Frappierende war, dass die Aufmerksamkeit vieler, damit meine ich in erster Linie mich, die Aufmerksamkeit vieler allenfalls am Rande erreicht hatte, weil dieses Thema latent geblieben ist und nicht wirklich für Aufsehen oder gar Empörung gesorgt hatte. Und ja, da kann man jetzt trefflich sich überlegen, woran es liegt. Aber jedenfalls ist festzustellen, zu konstatieren, dass Bauern die Straftaten bei tatsächlich oder vermeintlicher Verfolgung ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Anliegen begehen, von breiten Teilen der Öffentlichkeit anders bewertet werden, als Menschen, die keine eindeutigen Straftaten begehen bei Verfolgung von klimabezogenen Zielen. Und gut, ja, das muss man festhalten. Es gibt so eine schöne, einen wirklich sehr schönen Essay von George Orwell, Freedom of the Park heißt der. Da befasst er sich in so ganz klarer, einfacher, simpler Sprache, befasst er sich mit der Frage, warum denn da in irgendeinem Park, Hyde Park, Speakers Corner in der Nähe, warum die Polizei da vier Leute festgenommen hat, die sich da in der Zeitung verkauft haben und warum diese vier jetzt alle ein und derselben politischen Richtung zuzurechnen waren, während alle anderen unbehelligt blieben. Ja, und das scheint aktueller denn je. Ja, genau, man muss an dieser Stelle auch einfach sagen, dass die, also fairerweise muss man sagen, es wurde jetzt schon darüber berichtet, also wir haben jetzt zum Beispiel auch auf Tagesschau und ZDF Heute Berichte drüber gesehen, aber dieser öffentliche Aufschrei, dass jetzt, weiß ich nicht, der Bundespräsident sich äußert und sagt, hier, die Bauern haben damit die Sympathien für die Bewältigung der Bauernkrise irgendwie verspielt oder der ganze Scheiß, der da bei der sogenannten letzten Generation passiert ist, alles nicht stattgefunden. Der Julius Geiler vom Tagesspiegel hat da, war da wohl relativ nah dran und hat da einen Bericht geschrieben und schreibt auch, also es läge dem Tagesspiegel ein Video vor, wo die Blockierer der Autobahn dann da auch keine Rettungsgasse gebildet hätten, als da Rettungsfahrzeuge durch sind. Das war ja auch immer das, wo also direkt Polen offen war bei der letzten Generation, als nur der Verdacht im Raum stand, sie hätten da irgendwie eine Rettung behindert oder so. Da wurden ja auch schon direkt drakonischste Strafen gefordert, erinnern uns. Und dann geht es auch noch hier um einen Abschleppwagen. Es wurden dann Autos im Auftrag der Polizei abgeschleppt und dann haben die Leute da, die diese Proteste irgendwie geil fanden, haben dann das Unternehmen, dieses Abschleppunternehmen ausfindig gemacht und dann wurde dieses Abschleppunternehmen erstmal beleidigt und bedroht und als Volksverräter bezeichnet und so. Man wünschte ihnen irgendwie die baldige Insolvenz und sonst irgendwas. Also wirklich, das ist der Mob. Anders kann man es nicht bezeichnen. Also vollkommen merkbefreit. Man müsste die fragen, spürt ihr euch eigentlich noch? Die Antwort darauf ist nein. Und also Leute, die vollkommen radikalisiert freidrehen. Und also ich würde mir wünschen, dass nur mit einem Teil des Furors, mit dem damals über die letzte Generation berichtet worden ist, jetzt auch über also diese tatsächlich schweren Straftaten berichtet wird. Also ich meine, da stimmt doch was nicht. Da stimmt vor allen Dingen auch nicht, dass die, ich lese hier nichts von irgendwelchen Verhaftungen oder sonst irgendwas. Also noch schöner wäre es ja, wenn die einfach ein wenig nachdenken würden und sich ihrer Vernunft bedienten und so einen verlegenen Unfug sein lassen würden und hier gerade nicht sich so destabilisierend verhalten würden und gerade nicht Menschenleben gefährdeten. Aber die zweitbeste Möglichkeit ist oder eine nachrangig gute Möglichkeit ist in der Tat, das entsprechend kritisch zu begleiten. Es sieht so etwas so aus, als hätten Bauern, nicht alle, aber doch deutlich über der Verteilung in der Normalbevölkerung, ein Hang zu Gewalt, das ist jetzt schon eine Kette. Und wenn man dann die Kollegen in Frankreich sieht, die, ja, die, glaube ich, ich glaube ein französischer Bauer geht nicht ohne Schusswaffe aus dem Haus. Und naja, also so geht das nicht. Und auch dieser, es gibt ja überhaupt keine, da muss man auch nicht mal die Mittel-Zweck-Relation irgendwie berücksichtigen, weil es gibt überhaupt keinen Zweck, den die verfolgen, außer Randale zu machen und ihre eigene Unzufriedenheit abzubauen. Vollkommen, vollkommen wohlstandsverwahrlos, muss man an der Stelle sagen, vollkommen wohlstandsverwahrlos. Also ich habe jetzt auch nochmal gesucht, ich finde es nirgends irgendein Hinweis darauf, dass auch nur einer dieser Menschen, ich meine, die haben da von Videos gemacht, also ich meine, da musst du dir auch mal überlegen, also das kriegen ja selbst die bescheuertsten Kleinkriminellen hin, die wissen, dass man sich bei der Tat nicht filmen sollte und dass man das auch nicht ins Internet stellen sollte und auch nicht streamen sollte. Und diese Menschen haben das gestreamt, ins Internet geteilt, haben Videos davon gemacht und trotzdem, ich lese hier von keiner einzigen Verhaftung, weißt du? Bei der letzten Generation, die Leute werden verhaftet, dem Haftrichter vorgeführt, Sicherungsgewahrsam, werden für mehrere Monate, kommen sie in Untersuchungshaft, kriegen Haftstrafen, noch und nöcher, und wenn du Bauer bist, kannst du einfach freidrehen. Tja. Tja, Ulrich, Augen auf bei der Berufswahl, da haben wir doch anscheinend... Der Ehrliche ist einfach der Dummer. An der Stelle muss man tatsächlich sagen, mir scheint es doch so zu sein, dass es so... Ja, es könnte sein, dass der Ehrliche hier tatsächlich der Dumme ist. Ich meine, was soll denn das? Ganz ehrlich, was soll denn das? Ja, das ist eine rhetorische Frage, was das soll? Ein Scheiß soll das? Gibt es hier eine Auseinandersetzung, die das auch nochmal rechtlich bewertet? Ja, da sollte man vielleicht auch mal als Polizeibehörde das Legalitätsprinzip wieder einmal bemühen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Denn da, wo Straftaten begangen werden, haben die Strafverfolgungsbehörden die rechtliche Pflicht einzugreifen. Ja, und da... Es ist natürlich lustig, dass das Legalitätsprinzip nur immer, das würde George Orwell wahrscheinlich auch sehr freuen... Absolut. Das Legalitätsprinzip wird natürlich immer nur dann bemüht, wenn das irgendwelche Leute mit bunten Haaren sind, die irgendeinen Schwachsinn fordern, aber natürlich nicht bei gewaltbereiten Bauern. Und weißt du, warum nicht, Ulrich? Weil diese Leute insgeheim Schiss davor haben, dass irgendwann mal so ein Bauer mit der Pumpgun bei denen vor der Tür steht. Das ist das Signal, was hiervon ausgeht, dass wenn du mit genug Gewalt da auftrittst, dann kuscht der Staat auch. Ja, ich selber würde es nicht ganz so allgemein ausdrücken. Sie ist mir nach, sehen Sie es mir nach, Herr Kollege. Würde allerdings in der Tat auch sagen, dass der durchschnittliche Polizeibeamte dem durchschnittlichen Landwirt näher ist oder den durchschnittlichen agrarischen Straftäter, Bauerndelinquenten. Der durchschnittliche Polizeibeamte ist für Bauerndelinquenz deutlich aufgeschlossener als für Maßnahmen aus den Reihen von Klimaschützern. Das können wir, das haben wir durch eine Blitzumfrage in unseren Köpfen, haben wir das festgestellt. Ja, Ulrich, ich fasse es mal so zusammen. Jokanspell, agrarisch ohne arisch. Und ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Älter Rechtsgrundsatz, sehen Sie schon. Ja, ich weiß gar nicht, im preußischen Allgemeinen Landrecht gerade. Was kann man da jetzt noch konstruktiv zu sagen? Also ich würde mir wünschen, dass diese Leute tatsächlich mal mit der ganzen Härte des Gesetzes und des Rechtsstaates einfach mal ein bisschen verfolgt werden, weil das geht so nicht. Das reißt sonst ein. Ja, also ich rufe dazu auf, vor allem Bioprodukte zu kaufen. Ich glaube, die sind, auch von den Landwirten her, sind die Liberaler. Du glaubst, dass man, wenn man Bioprodukte kauft, dass man dann da auf der sicheren Seite ist, dass man… Sicherer. Auf der sicheren Seite ist, dass man… Das glaube ich nicht, das weiß ich. …dass man nicht bei einem agrarischen Bauern kauft. Am agrarischen Bauern, ja. Okay, super. Agrarisch, ja. Agrarisch. Ja, super. Wir haben ja darüber geredet. Ich bin noch immer ein bisschen entsetzt und habe noch so ein bisschen Kotze im Mund, aber so ist das im Leben. Ach, das ist auch eine schöne Metapher. Reden wir über ein anderes schönes Thema, wo auch hier der Begriff oder das Bild von der Kotze im Mund passt auf diesen… Achso, ich kriege es jetzt ein bisschen schlecht raus. Ich sollte noch die Community vielleicht mehr einbinden. Was haltet ihr von diesen Bauernprotesten? Was haltet ihr von diesem Ungleichgewicht? Ich stelle hier nur Sugestivfragen. Was haltet ihr von diesem Ungleichgewicht in der Berichterstattung und der politischen Reaktion von diesen sogenannten Bauernprotesten? Rechtfertigen die Anliegen der Bauern die gewählten Mittel, ist eine Frage auch. Ja, das ist eine Frage, die würde Sandra Maischberger stellen, weil sie die Welt brennen sehen möchte. Aber wir wissen, dass man solche Fragen nicht stellt, sondern die Frage, die ich der Community höchstens noch stellen würde, ist, wie hart sollte man sie bestrafen? Nicht ob, sondern wie hart? Ja, da geht es noch, ist die Frage. Lasst es uns die besten Antworten werden in der nächsten Folge vorgelesen. So, kommen wir zu einem anderen Thema aus der Kategorie Breche im Mund. Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Wir sprachen darüber, es steht zu befürchten, dass die sogenannte Alternative für Deutschland, eine Partei, wo der Bundesverfassungsschutz jetzt möchte, sie als, also die gesamte Partei als rechtsextremistisch einzustufen, dass die bei der nächsten Bundestagswahl, aber auch bei anderen Wahlen derart Einfluss bekommen könnte, dass sie dann zum Beispiel auch mitbestimmen kann, wer in das Bundesverfassungsgericht gewählt wird. Und da hat, war das Voskohle, ja, ne? War das Voskohle? Papier war das. Papier, ja. Papier, der gute alte… Voskohle hatten wir letzte Woche zum Bürokratieabbau. Ich glaube Jürgen, ne? Der heißt mit Vornamen Jürgen. Ich glaube Hans-Jürgen. Hans-Jürgen Papier. Hans-Jürgen Papier. Das kann gut sein. Legt großen Wert darauf, dass er mit Akzent auf dem A, also Papier und nicht Papier ausgesprochen wird. Ja, also, das kann ich nachvollziehen. Kann man verstehen, oder? Kann man verstehen. Mr. Papier. Hans-Jürgen Papier hat also… H.J.P. Wie wir ihn nennen dürfen. Wie wir ihn nennen, wie die Eingeweihten ihn nennen dürfen. Immeriger Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichtes hat ausgearbeitet, was man zum Beispiel zum Schutz des Bundesverfassungsgerichtes machen könnte. Und da gibt es eine ganz einfache Nummer, nämlich, dass man das Quorum zur Wahl der Verfassungsrichter… Wir haben im Moment ja das Problem, dass das eine einfach gesetzliche Regelung ist und deswegen auch immer mit einer einfachen Mehrheit geändert werden kann. Man müsste es also ins Grundgesetz reinschreiben. Und für das Grundgesetz braucht man die CDU, die Partei, die derzeit behauptet, mit ihr wäre alles viel schöner. Ja. Und jetzt erzählt uns der Ulrich, was da passiert ist. Ulrich, was ist da passiert? Ja, schön. Dankeschön, dass du mich das fragst. Seit Monaten ist diese Stärkung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, das Winterfest zu machen, schwere Zeiten, in denen vielleicht Verfassungsfeinde am Werk sind. Seit Monaten gibt es da eine sehr angeregte, vor allem auch wissenschaftlich geprägte Diskussion. Ja, da ist es schon mal schwierig für die CDU, ne? Erfahrungswerte kann man erhalten aus Polen. Da zielten die Mitglieder der PiS-Regierung als erstes darauf, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts zu beseitigen. Und dieses Verfassungsgericht, das natürlich autoritären Bestrebungen im Weg steht, das so weit wie möglich zu entmachten. Viktor Orban kann man sich auch anschauen. Donald Trump und die Republikaner haben das auf andere Weise gemacht, andere Verfassungsstruktur. Und das ist natürlich das Ziel, weil das ist jedem, der uneingeschränkt, dämlich und zum Nachteil von Minderheiten Macht ausüben will, der berühmte Dorn im Auge. Also diese Diskussion ist nicht neu, aber sie ist sehr, sehr aktuell und hat einige Monate lang Fahrt aufgenommen. Und zunächst gab es dann tatsächlich auch Gespräche zwischen den Regierungsparteien, Betretern der Regierungsparteien und der ja stets als sich selbst als Verfassungspatrioten bezeichnenden Vertretern der CDU, CSU. Diese Gespräche hat die CDU, hat die Union kürzlich abgebrochen. Ende Februar hieß es von dort, die Union sehe zunächst keinen Bedarf, das Bundesverfassungsgericht durch eine Grundgesetzänderung stärker vor Einflussnahme zu schützen. Sie brach die Gespräche, die begonnen hatten, mit Vertretern der Ampelparteien ab. Dann wird die Gespräche abgebrochen und hat gesagt, nö, das ist eine der schönsten, im Sinne von schlimmsten Begründungen, hatte die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz, kannte ich bis dahin nicht, ich werde es auch gleich wieder vergessen, gebracht. Und die hat es damit begründet, es gäbe keine zwingende Notwendigkeit zurzeit für eine Änderung des Grundgesetzes. Und sie hat es als weiteren Grund genannt, eine solche Änderung, die diskutierten Vorschläge brächten, Zitat, nicht nur Vorteile mit sich, Zitat Ende. Das sind wirklich sehr, sehr undifferenzierte Arten, das zu betrachten und seine Einwände zu beschreiben. So, ja, dann hinterließ man dieser Gesprächsabbruch, das fade Gefühl im Mund. Es ist jetzt auch kein Thema, das so die Massen bewegt, muss man dazu sagen. Mich bewegt es schon und ich finde schon, dass ich der Maßstab aller Dinge bin. Ja, das ist natürlich richtig. Und dass es nicht die Massen bewegt, ist ja ein Grund dafür, es umso unverständlicher erscheinen zu lassen, dass da die CDU, CSU das nicht einfach mal in trockene Tücher wickelt. Das ist ja nichts, mit diesem Thema wird ja, da gibt es ja nicht irgendwie eine breite Bewegung, ein Wählerreservoir, das man aktiviert, indem man gegen eine Resilienzstärkung beim Bundesverfassungsgericht argumentiert. Das ist doch Quatsch. Also das kann man doch ganz easy, kann man doch da sich auf die Sache konzentrieren. Das weckt doch, also das ist doch überhaupt nicht Wahlentscheid. Das kann man einfach mal machen, wenn man staatspolitische Verantwortung übernimmt oder wirklich übernehmen wollte. Ja. Also das ganze Thema dümpelt etwas vor sich hin und dann kam etwas, das es, soweit ich weiß, noch bei keinem juristischen Thema gegeben hat. Vier führende Juristenverbände, die sich ansonsten, die zusammen mindestens fünf verschiedene Meinungen vertreten. Du meinst, das ist so ein bisschen wie bei der, wie bei die Judäische Volksfront und der Volksfront von Judäa, ja? Die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront und noch zwei. Geben ein gemeinsames Kommuniqué herauf. Zwei Partner-Volksfronten, nämlich der Deutsche Anwaltverein, der Deutsche Juristentag, der Deutsche Juristinnenbund und der Deutsche Richterbund. Der Deutsche Richterbund nachweislich, nach mir jedenfalls vorliegenden Informationen, zu 100 Prozent aus CDU-CSU-Mitgliedern bestehend. Da gibt es nichts links von der CDU. Wir haben ja auch schon mehrfach über den Deutschen Richterbund hier in dem Zusammenhang gesprochen. Der Deutsche Richterbund ist gegen alles, was einen Haup von Modernität verspricht. Gegen jede Form von Veränderung. Gegen jede Form von Veränderung. Der Deutsche Richterbund ist dafür, dem Bleistift in der deutschen Gerichtspraxis wieder mehr Bedeutung zu verschaffen. Der Bleistift ist nach deren Auffassung nie tot gewesen, aber er muss deutlich wiederbelebt werden. Jedenfalls, also diese vier Vereinigungen, Juristenvereinigungen, ich meine Juristen, das ist ja schon ein einstiegiges Thema, das ist schon ein Thema für Juristen. Die sagen in dem Moment, das geht so nicht, das müsst ihr machen. Also steht schlecht unter Schutz des Rechtsstaates und geben eine gemeinsame Erklärung ab, legen den Finger in die Wunde, was wir auch schon getan haben, folgen uns. Wenn ihr euch das mal etwas genauer anschaut, das Ganze, dann basiert das auf Wohlwollen und politisch-gesellschaftlichem Konsens. Deshalb hat das die ganze Zeit geklappt. Wenn da einer anfängt, nicht mitzuspielen, dann klappt das nicht mehr, weil das darauf basiert, nicht darauf basiert, dass diese Institutionen so absolut erdbebensicher und wasserfest sind. Nein, sondern auf dem Anstand der Akteure. Genauso wie an vielen Stellen die Dinge in Europa nur deshalb funktionierten, weil mit Wohlwollen agiert wurde. Wenn da einer ausschert, dann wird es ganz, ganz schwer. Ja, und das hat dann so ein bisschen nachdenklich, ich weiß gar nicht, ob da die entscheidenden Leute von der CDU und CSU nachdenklich sein können, aber jedenfalls Fritz Schmerz, ob der nachdenklich sein kann. Dann hat man jetzt, nachdem es diesen Aufruf gab, wurde Fritz Schmerz gesagt, ja, ein bisschen reden könnte man ja doch, vielleicht, aber auch wieder doch nicht. Weil bei der letzten Runde der Gespräche, bei der letzten Runde der Gespräche gab es ja Indiskretionen und da sind Inhalte dieser Gespräche an die Öffentlichkeit gelangt. Er wünschte sich eine ergebnissoffene Diskussion, ob denn bestimmte Entscheidungen überhaupt erwogen werden sollten. Ja, das möchte er also offen diskutieren, wünscht sich eine Debatte, die soll aber vertraulich sein. So Fritz Schmerz in einem Werk, das mir jetzt auch neu ist, die sogenannte März-Mail. Ein wöchentlicher Newsletter, so genannt. Gesundheit. Aber war das nicht so, dass diese Indiskretionen durch CU-Politiker herbeigeführt worden sind? Weil das ist das, was ich da noch zu dem Thema gelesen hatte. Das kann ich der Quelle März-Mail Nummer 191, kann ich das nicht entnehmen. Aber es spricht auch nicht dagegen, dass es so ist. Es ist jedenfalls ein Thema, bei dem das komplett fadenscheinig ist. Also erst einmal sich dann drei Wochen nach Gesprächsabbruch über Indiskretionen zu beschweren und das nicht bei Gesprächsabbruch zum Grunde zu erklären, ist schon mal sehr fragwürdig, gelinde gesagt. Aber hier gibt es ja auch, das ist ja ein Thema, das überhaupt nicht diskret zu behandeln ist. Das wird ja breit in der Öffentlichkeit oder vor allem in der Fachöffentlichkeit wird es breit diskutiert. Ich weiß auch überhaupt nicht, was es da zu verhandeln gibt. Ja, es gibt so Technikalia da zu verhandeln und da muss man sich fragen, ob so eine Zweidrittelmehrheitsfeststreibung, ob das vielleicht nicht dann Schwierigkeit ist. Also man kann da schon fachlich ein bisschen was dran besprechen. Aber Grund zur Diskretion gibt es hier ja nicht. Also sagen wir mal, dass wenn man Koalitionsgespräche führt, dass man da nicht jeden Tag irgendwie alle gegeneinander aufbringen will. Vielleicht ganz sinnvoll. Aber bei so einem ja auch in erheblichen Teilen fachlich geprägten Thema, da braucht man keine Diskretion. Das muss gerade öffentlich diskutiert werden, seinem Wesen nach. Und insofern ist es äußerst fadenscheinig, da zu sagen, ich rede mit euch nur, wenn ihr nicht drüber redet. Vielleicht noch einen Punkt. Ich glaube, also für mich ist es wirklich komplett unverständlich, wie jemand, wie zum Beispiel Friedrich Merz, wie irgendjemand, der nach 1945 Rechtswissenschaft studiert hat in Deutschland, wie da irgendjemand dagegen sein kann, jetzt Maßnahmen ernsthaft zu diskutieren und schnellstmöglich umzusetzen, die das Bundesverfassungsgericht stärken und absichern. Das ist nach Auffassung gegen Nazis. Ja, also das ist vollkommen unverständlich. Das ist als würde man, ja, es ist gar kein Vergleich, als wäre man, würde man sich ernsthaft fragen, ob Kindersterblichkeitsbekämpfung ein zu verfolgendes Ziel ist. Also das ist die Parallele dazu in der juristischen Welt. Das ist sozusagen die Kindersterblichkeit des Verwassungsrechts. Ja, also ich habe ja eine, ich habe jetzt auch noch so zwei, drei Gedanken zu dem Thema. Also du hast ja gesagt, du verstehst nicht warum und wie kann man, also oder ich fange mal anders an. Erstens, es gibt aus meiner Sicht keinen Grund für Diskretion, weil es überhaupt keinen Grund für eine Diskussion gibt, weil die Diskussion, die muss man ja im Vorfeld mit sich irgendwie führen oder mit der eigenen Partei, nämlich wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber du kannst jetzt als Mitglied der CDU, kannst du jetzt nicht ein Mitglied von Bündnis 90 den Grünen fragen. Also kann man natürlich schon machen, wenn man jetzt irgendwie der Meinung ist, ich brauche noch mehr Argumente oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das im Diskurs mit den Mitgliedern anderer Parteien entscheidest, sondern was Friedrich Merz nicht möchte ist, dass man erfährt, dass er dann da sitzt und sagt, ja klar, stimmen wir dafür, aber dann möchten wir auch, dass ihr das Bürgergeld nicht erhöht oder irgendwie sowas. Also das ist doch das Eigentliche, worum es Friedrich Merz da geht, das Bundesverfassungsgericht gegen Nazis festmachen. Das hat für Merz keinen Wert in sich, sondern er möchte, dass das quasi so eine Verhandlungsmasse wird und er das dann also benutzen kann, um irgendwas anderes Schönes zu bekommen, was er haben möchte. Was? Das muss man, er ist ja nicht blöd, ne? Er weiß ja, dass das total scheiße aussieht, wenn man sagt. Also als die Nazis kamen und ich die Möglichkeit hatte, das Bundesverfassungsgericht gegen Nazis zu schützen, habe ich erst mal gefragt, ja und was kriege ich dafür? So, damit kommst du einfach nicht gut an, das versteht selbst ein Friedrich Merz. So, und vor allen Dingen, ist die Frau von Friedrich Merz nicht Richterin? Ja. Ist sie nicht Richterin? Es wird noch mysteriöser. Amtsgericht Brilon. Ja, ein Fall für CSI Brilon, ein Fall für Einmann Abdallah und das Galileo Mystery Team. Es ist offensichtlich, dass es für Friedrich Merz Verhandlungsmasse ist und, und ich glaube, dass da der eine oder andere bei der CDU sich auch so denkt, hm, und was machen wir, wenn wir dann unsere Kandidaten auch nicht mehr runterkriegen? Also ich glaube, dass zum Beispiel das, was die Konservativen beziehungsweise die Rechten in den USA gemacht haben, dass man also über Jahre und Jahrzehnte den Supreme Court quasi umgebaut hat, immer weiter nach rechts gedreht hat und als er dann endlich soweit war, konnte man mit ihm dann so Sachen wie Roe vs. Wade aufheben. Jetzt, gestern erst, hat der Supreme Court eine Entscheidung getroffen. Allerdings eingestimmig. Ja, aber du musst, du musst halt auch, du musst halt auch den Dissent lesen, ne? Du musst den Dissent lesen der drei eher liberal eingestellten Richtern, die, die gesagt haben, ja, also es gab hier eine Sache zu entscheiden, nämlich darf Donald Trump auf den, auf den Wahlzettel der Republikaner für die Primaries im Bundesstaat Colorado und da ist die Antwort ziemlich einfach, ja, er darf da auf den Zettel, weil wenn jeder Bundesstaat das machen könnte, wie er wollte, dann hält man das totale Chaos und das geht nicht und das wäre zu entscheiden gewesen. Aber was stattdessen passiert ist, dass die konservativen Richter ein absurdes Sammelsurium an Regeln aufstellen, die also dann noch darüber hinaus irgendwelche Dinge regeln, nämlich wie Leute verfolgt werden können, sollen, die also, für die also dieser Paragraf mit der Insurrection da, mit dem Aufstand beziehungsweise Umsturz irgendwie gelten soll. Also ich schweife ab, aber ich glaube, dass vielleicht auch so ein Jens Spahn oder so denkt, hm, ist ja gar nicht mal so verkehrt, wenn man das irgendwie hinkriegt, sich so ein Verfassungsgericht so umzubauen, dann kann man über das Verfassungsgericht Politik machen. Ja, ja, das ist, das ist. Lässt das irgendwie wie Jura aussehen, aber es ist halt einfach ganz knallharte Interessenpolitik. Und ich glaube, dass da, wie gesagt, dass es da Begehrlichkeiten gibt von Seiten der CDU und da ist ein, da ist ein starkes Verfassungsgericht steht dem im Weg und da möchte man das Verfassungsgericht nicht zu stark machen. Und ich glaube, hier wird wieder, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, an dieser Frage wird wieder deutlich und sichtbar, dass in der ganzen Diskussion über die sogenannte Alternative für Deutschland, die Alternative für Deutschland natürlich ein Problem ist. Aber das viel größere Problem ist die CDU-CSU, weil wir vor der nämlich Angst haben müssen, dass sie mit der AfD koaliert und gemeinsame Sache macht. Ja, wenn die CDU tatsächlich eine stabile Brandmauer hätte, könnten wir sagen, ja, dann soll die AfD noch und nöcher Prozente bekommen. Es ist egal, die Demokraten stehen Schulter an Schulter zusammen und es passt kein Blatt Papier hindurch. Und dann kommt die CDU und sagt, ach, also gibt jetzt schon keinen akuten Bedarf, das zu ändern. Und irgendwie, es hat auch nicht nur Vorteile. Hat jetzt nicht nur Vorteile. Genau. Anders als alles, was die CDU sonst macht. Sonst hat alles immer Vorteile. Das sind ausschließlich, ausschließlich vorteilhafte Sachen. Und wenn das nicht ausschließlich vorteilhaft ist, machen die das nämlich. Was ich daran so großartig finde, ist dieses, dass man also, dass man das also unter einem solchen Gesichtspunkt sieht und dann aber, man sagt, dass es nicht nur Vorteile hat, ist dann aber nicht in der Lage, konkrete Nachteile zu benennen. Das ist doch geil. Es hat nicht nur Vorteile. Ja, okay, was sind denn die konkreten Nachteile? Sagen Sie doch mal was. Ja, die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht. Genau, die wollen einfach nicht. Wie du völlig richtig gesagt hast, es könnte ja auch sein, dass die mal eine absolute Mehrheit haben. Dann würden sie das nämlich schon ganz gerne, auch nach ihrem Wunsch, so ein bisschen umgestalten. Da diese People's Republic of Karlsruhe, da diesen liberalen Saustadt. Ja, ich wollte gerade sagen, in deren Augen sind die wahrscheinlich alle komplett linkskahl. Ja. Diesen Augias-Stall, ja. Ja, da muss man ein, da muss... Wirtschaftsliberaler, ein Wirtschaftsexperte muss auch mal das Steuerrecht aufräumen, das kann der doch alles. Der Friedrich Merz hat es ja gesagt, ein alter Wesen, der kennt die dreckigen Ecken. Und wahrscheinlich ist für den Friedrich Merz das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine total dreckige Ecke. Ja, es ist wirklich, wirklich sehr traurig. Diese Genese oder diese bisherige, diese bisherige Ablauf ist halt so vielsagen. Erst sagen wir, ja, wir reden, dann abbrechen, dann sagen, dass man deshalb nicht redet und dass man eigentlich will. Und das ist ja bei einer Frage, die eben... Ja, ich bin schon dabei, mich zu wiederholen. Ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem, zum Beispiel nicht von der Community. Was haltet ihr von dem ganzen Vorgang? Ihr könnt ja schreiben und einfach mal sagen, was denkt ihr, sind die Beweggründe... Versetzet euch hinein in Friedrich Merz. Versucht euch, genau, werdet nicht verrückt dabei und trinkt nicht zu viel Alkohol als Method-Actor, die ihr seid, weil irgendwie ein paar Gehirnzellen müssen überleben. Nein, aber also, wenn ihr noch eine gute Idee habt, warum das Bundesverfassungsgericht nicht abgesichert werden soll, was da die Beweggründe der CDU sein könnten, lasst es mich wissen. Die besten Antworten werden, die besten und die kreativsten Antworten werden in der nächsten, in der nächsten Folge werden wir darüber reden. Und ja, was kann man daraus Positives noch ziehen? Ich denke, man muss darüber mehr reden. Redet also mit euren Freunden und Bekannten über das Thema, macht sie darauf aufmerksam und schreibt doch vielleicht mal, macht was ganz Verrücktes und schreibt euren Abgeordneten oder eure Abgeordnete an, euren Bundestagsabgeordneten, eurer Bundestagsabgeordneten und fragt sie einfach mal, was sie dafür tun, um das Bundesverfassungsgericht gegen Nazis fester zu machen. Und ich denke, ich könnte mal eine E-Mail an diese Frau von der CDU schreiben, die gesagt hat, das hat nicht nur Vorteile und sie mal einfach fragen, was sind denn die Nachteile? Sag doch mal, was sind denn die Nachteile? Nun, komm schon. Komm schon, jetzt sag mal. So, also dann, es ist nicht alles schön, es hat nicht alles nur Vorteile. Wir kommen zu einem noch anderen Thema, noch andersherren Thema, über das der Ulrich sprechen wollte, aus aktuellem, aus aktueller Veranlassung, wie es so schön heißt, über den Kurznachrichtendienst. Aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem, aus gegebener Veranlassung. Der, über den Kurznachrichtendienst, Twitter, aber auch, ich glaube, durch ganz Social Media Deutschland ging ein Clip von einer Podiumsdiskussion mit, mit Robert Habeck und wir sind ja auch ein Robert-Habeck-Fan-Podcast, das muss man an der Stelle einfach sagen. Man muss es sagen, wir finden ihn schon ganz geil und jedenfalls Robert Habeck, Markus Söder sitzen auf einem Podium und man kann es, glaube ich, nicht anders sagen, Robert Habeck hat Markus Söder einfach komplett rasiert und Ulrich, erzähl dir jetzt mal einfach, was da genau passiert ist. Das war auf der internationalen Handwerksmesse, begab es sich in München. Auf einem Podium sitzen, ich glaube, ausschließlich mit einem Moderator, Markus Söder und Robert Habeck. Söder denkt sich, machen wir mal gar nicht, muss man nicht so direkt so einfärben. Jedenfalls soll es da um die Probleme und Zukunft des deutschen Handwerks gehen. Das ist ja auch ein Thema, was man in 45 Minuten klassischerweise auf so einer Podiumsdiskussion gelöst bekommt. Danach noch ein Nahostfriedensplan. Ja, gut. Wie dem auch sei. Dass man auf der Handwerksmesse über die Zukunft des deutschen Handwerks ein bisschen diskutiert und mal so seine Ideen vorstellt, ist nicht abwegig. Und angesprochen auf die Energieversorgung in Deutschland, kommt dann Herr Söder auf das Thema Atomenergie und sagt, wir werden Atomenergie von woanders importieren, obwohl wir sie selbst laufen lassen könnten. Er, Markus Söder, habe nicht verstanden, wieso sich Deutschland entschieden hatte, mitten in der Energiekrise auszusteigen. Und dann sagt er, als grundlastfähige Energieform sei Kernenergie nötig und verwies darauf, dass Frankreich und Schweden an der Atomenergie, an der Atomkraft weiter festhalten. Ja. Kernenergie, so Söder, sei eine Möglichkeit, die hohen Strompreise in Deutschland zu senken. So. So. Und dann. Und dann kommt. Dann kommt Robert. Der Robertnator. Der Robertnator. Und der hat das, ich kann das, wenn ich das jetzt so gut nachzeichnen könnte wie Robert Habeck, dann wäre ich schon sehr nah dran an Robert Habeck. Deshalb kann ich nur ein Ergebnisprotokoll geben. Er hat das komplett zerlegt. Und er hat es im Wesentlichen auf zwei Feldern zerlegt. Einmal auf dem Themenfeld des politischen Anstands. Da hatte ihn so in etwa einem Viertel seiner eigenen Redezeit, hätte den Herrn Söder komplett ausgekontert. Und in den anderen drei Vierteln hat er es der Sache nach sachlich, faktisch widerlegt, was Herr Söder gesagt hatte. Und der Punkt, wo er an den politischen Anstand von Herrn Söder herangeht, sich heranmacht und letztlich sagt, dass Herr Söder keinen hat, ist ein Zweifacher. Und so sagt Robert Habeck, als wir in Fukushima den Entschluss gefasst haben, aus der Atomkraft auszusteigen, haben sie, glaube ich, mit Rücktritt gedroht, wenn das nicht sofort passiert, hatte der Herr Habeck Herrn Söder gesagt. Da gibt es auch noch ein schönes YouTube-Video von Markus Söder. So, und da kaspert Herr Söder so ein bisschen rum, versucht das so wegzuonkeln. So waren sie dabei, als ich das im Bayerischen Kabinett gesagt habe. Und das mit einer wirklich ausgesprochenen Eleganz. Es wirkt ganz fein. Kontert Herr Habeck das wiederum. Gegen kontert er das. Also gegen Pressing, wie Jürgen Klopp sagen würde. Und ich habe das genau gehört von, Robert Habeck war ja damals Umweltminister und Söder auch bayerischer Umweltminister. Und ihm sei das, glaube ich, von seinem Ministerpräsidenten damals berichtet worden, wie Markus Söder mit tiefgreifenden Konsequenzen damals gedroht hatte bei Fukushima, gedroht hatte für den Fall, dass der Atomausstieg nicht bereits 2022 vollständig vollzogen würde. Das war Markus Söder. So, und dann kommt er so mit Fakten, die er ziemlich gut drauf hatte, jedenfalls auch nach den einschlägigen Faktencheckern, wie Robert Habeck dann so die wirtschaftliche Plausibilität von Atomkraft auseinander nimmt. Das Argument, also das ist der zweite Punkt, wo er auseinander nimmt den Verweis von Markus Söder auf Schweden, wo er seitdem Schweden hat auch ein eigenes Atommüllendlager und dann darauf verweist, dass Bayern sich der Fragestellung, ob ein möglicher Standort für ein Atommüllendlager in Bayern liegen könnte, schon vor, vor Durchführung jeglicher Prüfung verweigert. So, dann nimmt er das noch so ein bisschen auseinander, verweist auf einen britischen Atomreaktor, der ursprünglich 21 Milliarden kostet, sollte inzwischen 28 und bla 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 bla. Ja, und nichts bla bla bla, sondern es stimmt alles, er nimmt es auseinander, relativ aufwendig, er braucht also fünfmal so lange, wie Markus Söder, um sein… Bartolinis Gesetz. Um sein… Genau, also ganz exakt, um diesen Mist wegzuräumen, braucht es fünfmal so lange, wie um ihn zu verzapfen. Und das, diese Mühe macht sich Robert Habeck hier. Ja. Die macht er sich… Und zwar ganz ruhig und überhaupt nicht jetzt irgendwie hämisch oder… Ja, sondern der bleibt da… Der bleibt da ganz… Der bleibt da ganz cool. Das ist ein, wie ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Genuss. So macht man das offenbar, wenn man es kann, wenn man es kann, macht man das so. Ja. Dafür muss man aber auch, das kriegt man halt nicht drauf geflasht, wenn man den ganzen Tag irgendwo Bierfässer ansticht oder diese Aufnahme, wo Markus Söder in so einem Flieger-Overall da steht, fast aus dem Nähtenplatz. Dann kriegt man das natürlich nicht drauf geflasht. Dann haut man da so ein paar Bierzelt-Nummern raus und an einer Stelle war es nämlich richtig peinlich. Söder dann so zwischendurch machte so grundartige Laute, als ihm was nicht gefällt, weil sich mit artikulierten Worten da nicht zur Wehr setzen kann. Und es liegt ihm einfach nicht so, die deutsche Sprache. Und es liegt ihm einfach nicht so. Und auch da, mit einer ausgesprochenen Eleganz, wird er von Robert Habeck abgebügelt. Der sagt also irgendwie beim dritten Grunzen, sagt, ich habe sie gehört. Aber es bringt doch jetzt nichts so ungefähr. Also wärmste Empfehlung, absoluter Filmbefehl, wie im Übrigen auch A Net For Me Of A Fall. Aber gut, das ist wiederum was anderes. Sandra Hüller, die möglicherweise heute Nacht einen Oscar oder mehrere bekommt. Aber wahrscheinlich nicht. Ist das heute? Ja, in der Nacht auf morgen. Glaube ich. Die verleihen den Oscar mittwochs. Nein, Ulrich. Also, nee, also, nee. Werden die Oscars nicht immer traditionell mittwochs von Ihnen? Also, gut, aber ich kenne dich auch nicht aus. Das letzte Mal, dass ich für einen Oscar nominiert war, das ist schon ein bisschen länger her. War das denn schon ein Tonfilm oder? Das war einer der ersten, das war einer der ersten Tonfilme. Nein, aber die, und man muss, man muss. Also, in der Nacht vom 10. auf den 11. März. Ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt fast geschworen, dass das funktioniert. Hättest du jetzt unseren HörerInnen gesagt, ja komm, also. Ich hatte schon berechnet, wann die Leute das hören. Wann, bis wann müsst ihr wach bleiben? Nein, aber ich finde, man sieht an dieser... Morgen ist heute gestern. Das hat dann auch zum Beispiel der Marc Schiritz von der Zeit, hat das dann nochmal ganz gut zusammengefasst, als er dann gesagt hat, ja, also man sieht halt an dieser ganzen Podiumsdiskussionsnummer, sieht man halt auch nochmal ganz schön, dass man eben auf diesem News-Niveau, also dieser Drecksschleuder da von dem Jürgen Reichelt, dass man da einfach, auf dem Niveau kann man halt keine Politik machen. Und ich sage mal, im Kern zeigt der Markus Söder dort auch einfach die Krise des Konservatismus. Das ist ja eigentlich ein ernstes Thema. Also so die Energieversorgung, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie, also auch des Handwerkes, des Mittelstandes. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit ich mal in meiner Abgeordnetenhauszeit, da die Firma, es ist jetzt Baden-Württemberg, also nicht Bayern, aber Süddeutschland, die Firma Fischer besucht habe, da wird ja nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise klar, was das eigentlich heißt, deutscher Mittelstand. Also es ist schon ein ernstes Thema und dass der Söder dann da halt irgendwie so rumsitzt und denkt, das sei jetzt so eine Bierfeld, sag ich schon, so eine Bierzelt-Gaudi, wo er da mit seinen, weiß ich nicht, mit den Geräuschen, die er sonst in der Kabinettssitzung macht, wo sich keiner traut zu widersprechen, ja, dass er damit dann da irgendwie durchkommen könnte, ja. Also ich finde es einfach, es ist krass, aber und da muss man sich auch vorstellen, der Söder ist mit das Beste, auch inhaltlich, was diese Partei zu bieten hat. Ja, also der Konservatismus in Deutschland ist halt voll im Arsch, sagt man da glaube ich sachlich dazu. Ja, also das ist in der Tat sowohl niveaulos als auch eben unredlich. Also die Unredlichkeit ergibt sich daraus zu sagen, der Atomausstieg, den ihr gemacht habt, der war Mist und ihn in Wirklichkeit, also Dorfrichter Adam, also ihn in Wirklichkeit selber vorangetrieben zu haben. Also auch die Ignoranz oder die Chuzpe aufzubringen, dann das jemanden zu versuchen ins Gesicht zu schleudern, der Partei Die Grünen angehört, die in den letzten Jahren die einzigen waren, die dafür gesorgt haben, dass Atomlaufzeiten verlängert wurden, nämlich schon drei Monate. Das war die Applikierung. Also das ist schon eine ganz, ganz starke Nummer. Wenn man diesen Ausschnitt sieht und das auch nur ein ganz klein bisschen sich bemüht dazu zu hören, dann müsste eigentlich für jeden, und ich stelle mir die Frage, ob das nicht auch einfach für jeden bisher der CSU-Anheimgefallenen, für jeden bisherigen CSU-Wähler nicht dann auch völlig unmöglich sein muss, diese Partei noch zu wählen. Aber wahrscheinlich funktionieren die da nach anderen Kriterien. Ja, jedenfalls, also bester Politikerauftritt des Jahres 2024, würde ich mal sagen. Beste Performance von Robert Habeck. Ich meine, das muss man sich auch mal irgendwie reinpfeifen, dass die Grünen generell sich für eine Scheiße geben müssen, ja. Und ich meine, man muss dazu sagen, Robert Habeck hat an dieser Stelle dann auch einfach Glück gehabt, dass ihn da die Moderation hat ausreden lassen. Ja, weil sowas, und das ist ja dann wieder wunderbar, dann kriege ich es hin, heute noch Talkshows eins reinzuwirken. Sowas ist ja dann das Problem bei irgendwelchen Talkshows, ja. Das ist halt das, was der Söder sagt, das ist genau so ein Schnipsel, den du in jede beliebige Talkshow reinhauen kannst, wo du dir dann auch sicher sein kannst, dass es Applaus gibt. So, oh ja, der Söder, der sagt, wie es ist. So, und wenn Robert Habeck dann ansetzen würde, um zu erklären, was jetzt eigentlich Phase ist, würde Frau Maischberger irgendwann sagen, Ja, aber Herr Habeck, wir haben jetzt leider echt nicht die Zeit, dass sie uns jetzt hier noch mit ihren Fakten belästigen. Sie würde das natürlich ein bisschen freundlicher weglachen, aber that's it, that ist hier Brandolinis Gesetz. Es kostet immer eine Magnitude mehr, Arbeit, Bullshit zu entkräften, als es aufwendig ist, ihn in die Welt zu setzen. Und mit dieser Asymmetrie haben alle Menschen, die in Deutschland vernünftige Politik machen wollen, zu kämpfen, weil es halt so unaufrichtige Gesellen gibt. Im Englischen gibt es das schöne Wort Backfaith Actor, ja, acted in, also ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche ordentlich übersetzen soll, also einfach unaufrichtig, ja, nicht wirklich an einem, nicht wirklich an einem konstruktiven Diskurs interessiert. Und ich meine, das ist halt auch, also sich jetzt im Jahr 2024 sich hinzustellen und noch immer den Atomkraftwerken nachzuheulen, wo Europa, aber auch Deutschland einen erneuerbaren Energierekord nach dem anderen bricht, ja. Also die Braunkohle ist in den letzten Jahren so deutlich runtergegangen. Ich habe neulich Zahlen gesehen, ich glaube 25 Prozent, ja. Also es ist, es ist richtig Wahnsinn, was sich da tut, ja. Also über die Hälfte des Stroms, der in Deutschland produziert wird, ist mittlerweile, kommt mittlerweile aus erneuerbaren Energiequellen, ja. Und ich sag mal, Bayern ist da, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, ist da vollkommen hinterher. Und dann fällt, dann fällt Markus Söder nichts anderes ein, als zu sagen, Atomkraft, die Grünen sind scheiße und warum haben wir keine Atomkraftwerke, ja. Ja, also. Und was Robert Habeck. Und dann unterstellen, sie wären ideologisch unterwegs. Ja, und was Robert Habeck eigentlich wollte, was er auch meines Erachtens bei vielen erreicht hat, ist eine Lanze zu brechen für das faktenbasierte Aufregen. Ja. Denn das ist genau die Methode, die es braucht, so um solchen populistischen Bullshit, ja musst du einfach die Atomkraftwerke länger laufen lassen oder der Strom schon billiger, um dem etwas entgegenzusetzen. Da kann man nicht mit gleichwirksamem Schnipsel an Informationen oder an Frame dagegen halten. Nein, da muss man sich faktenbasiert aufregen. Und der Oscar für faktenbasiertes Aufregen im ersten Quartal 2024 geht an Robert Habeck. Am Mittwoch. Da hat sich… Wie? Am Mittwoch. Ja, so ist es. In der Oscarnacht, ja. In der Oscarnacht am Mittwoch, ja. In der permanenten Oscarnacht. So. In der Nacht von Mittwoch auf Sonntag. Ja. Und ja, also das ist faktenbasiertes Aufregen. Das ist at its best. At its best, ja, genau. Wer außerhalb von Lauer und Wehner erfahren möchte, wie faktenbasiertes Aufregen geht, der schaue sich das an. Der schaue sich das an. Oder die schaue sich das an. Oder die, ja. Also das ist, es ist auf jeden Fall ein ganz bemerkenswerter Vorgang. Ich verwehre mich aber dagegen, dass das, was der Markus Söder da macht, dass das Populismus ist. Ich bin ja nach wie vor jemand, für den das Wort Populismus positiv besetzt ist. Weil für mich ist Populismus, dass du als Politiker in der Lage bist, komplizierte Sachverhalte auf eine einfache Art und Weise runterzurechnen. Ich glaube, ich habe gesagt, populistischen Mist. Ja, 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 ja. Aber es ist interessant, dass du, ja. Ja, also ich, ich. Mist ist Mist. Ich würde ihn, ich würde, ich würde mal gerne den Spieß umdrehen und einfach das machen, was die CDU, CSU immer allen anderen vorwirft, nämlich Ideologie. So, also oder oder meinetwegen auch Dogmatik. Ja, weil das, das hat, das hat nichts mit, sag ich mal, Argumenten zu tun. Dieses Beharren auf der Atomkraft, das hat auch nichts mit Fakten zu tun, sondern das hat, das ist einfach die Vorstellung, Atomkraft ist gut, weil ich jetzt sage, dass das gut ist. Und das ist, denke ich mal, ein Zeichen von Ideologie beziehungsweise von einer sehr dogmatischen Überzeugung, an der es auch nichts zu rütteln gibt durch Fakten. Und ich finde, Populismus ist halt was anderes oder populistisch ist etwas anderes. Ja, dem stimme ich zu. Ich muss, finde es sinnvoll, den Umgang mit dem Begriff Populismus tatsächlich zu überdenken und kritisch, kritischer zu verwenden, den Begriff. Ich kann hier sagen, ich meine jetzt populistischen Mist, da liegt die Betone auf Mist. Das ist nicht Mist, weil es populistisch ist, sondern Mist, weil es Mist ist. Meinst du im Sinne von Scheiße, ja? Es ist Scheiße halt. Vom Misthaufen auf der Autobahn. Und das, ja, Populismus, da muss ich mir nochmal ein bisschen Gedanken machen, wie ich das finde. Also ich gebe dir ja völlig recht, dass es nicht das politische Prinzip sein kann, ausschließlich in Fachvorträgen zu handeln. Das funktioniert nicht. Ja. Und, ja, bleibt dabei. Eine Top-Performance vom Robert. Top-Performance. Top-Performance. Ich denke, die Akademie wird das entsprechend berücksichtigen bei der Oscar-Verleihung am Mittwoch. Ja, liebe HörerInnen, an der Stelle noch die Frage, wie seht ihr das? Wie habt ihr von diesem Video erfahren? Habt ihr es überhaupt gesehen? Wie habt ihr darauf reagiert? Wie findet ihr das, was der Markus Söder da macht? Wie findet ihr, was der Robert Habeck da macht? Ich könnte jetzt noch ein paar Suggestivfragen stellen. Sollten noch mehr PolitikerInnen so toll sein wie Robert Habeck? Oder reicht es, dass nur Robert Habeck so toll ist wie Robert Habeck? Sagt uns doch. Es könnte sein, dass diese Umfrage vom NDR veröffentlicht wird. Es könnte sein, dass die Ergebnisse dieser Umfrage, genau, dass die vom NDR veröffentlicht werden, nachdem, ah, liebe Leute. Also, es interessiert mich aber tatsächlich trotzdem, was ihr darüber denkt und Feedback und Anregungen sowieso. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo ich traditionell sagen muss, dass ich das jetzt hier noch abbinden muss. Und abbinden wäre jetzt eine schöne Sache. Das musst du jetzt noch abbinden. Muss ich jetzt noch abbinden, ne? Ja, gut. Also, liebe HörerInnen, das war die 167. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen am Dienstag, den 5.3.2024, einen Tag vor der Oskarna. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Geheimhaltung, vertrauliche und sicherheitsrelevante Gespräche und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, pluspunkt lauerundwehner.de, dort findet ihr alle Infos dazu, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen durch die Markus Söders dieser Welt. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, auch wenn das tatsächlich nicht so einfach ist. Ja, dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss. Alle, tschüss. Menschen luchen. Tschüss. Es hilft vielleichte, hypertension. die ganze Zeit.